Ja und damit willkommen zurück zu HiOnLive. Wir müssen hier einen auf Detektiv machen und mit den Bewohnern hier sprechen. Okay, der markiert hier die Personen. Ah, dann quatschen wir doch gerade mit dem Ersten hier. Moin. Wow. Äh, was hast du gestern arm gemacht? Haha, bist du, Dr. Gibletz? Warum sieht er so nervös aus? Wo ist Dr. Gibletz? Was hast du gestern arm gemacht? Haha, was hast du? Wenn du es wissen musst, habe ich 15 Hull-Sandwiches. Und ja, ich habe es regrettet. Aber ich weiß nicht, warum habe ich so viele. Und ich habe... Was? Was ist das mit dir und diesem Dr. Gibletz-Guy? Mein Name ist Craig und ich bin wirklich Angst, dass ich viele Sandwiches essen. Leid mich allein. Okay. Ja, das war jetzt aber auch nicht wirklich sinnvoll. Oh, was zum... Äh... Ach. Echt jetzt? Schon wieder? Hey, come over here. What's up? I gotta tell you something. What do you gotta tell me? No one followed you into the Arby's we're in, right? No. No one. Okay, Arby's has a brand new sandwich they want me to tell you about. What is it? Wait, you sound like you're copying my voice a little. If I'm with someone for a couple seconds, it just happens. You start copying their voice? Yeah. Well, that makes it very confusing. Because commercials are usually designed to be heard from outside of the room, you know, so... It's just gonna be confusing to know, who's talking if you're doing my voice. It's too bad people should be smarter. Arby's. Pfff. Das ist so heimblödsinn. Okay. Du schaust... Du schaust ein bisschen stoned aus. Hey, uh... Hey, tough guy. We're looking for a Dr. Gibletz. You got... You got any leads? Slick. What the fuck are you talking like that for? Oh, Jesus Christ, leave me alone. Hast du irgendwelche Verbindungen zu G3? Drunk guys? No! I don't have any fucking ties to the evil drug englomerate. I'm a normal person trying to live a normal life in the city. Why in the fuck would I have any ties to the G3? Okay. Was bist du eigentlich für einer? What's my whole deal? Like, who am I? What do I do? Well, my name's Jackie T. Puperton and what I do is tell you to fuck off! Hahaha. Wie kommen wir voran? Was? Awful! Annoying! I wish you'd stop! Okay. Wir enden. Oh, bummer. They were a tough cookie. But they were telling the truth according to my sensors. So let's say that was a C-rank interrogation. Wow. Wer ist jetzt... Oh, was ist denn da hinten los? Warum ist denn hier Stau? Was geht hier ab? What the fuck is... What is with this crowd? It makes me so happy every time you walk by me. I just have to tell you. Fucking look at me. I'm gonna get fucked up on humans. Oh, er lasst mich aber auch nicht rein. Okay. Was läuft hier? Oh, look at this. Suddenly everybody wants to get into the dirty old slums. Just cause high on life is doing another big midnight launch. The store's new too. That's gentrification for you. I know it sounds like I'm being critical, but I'm actually pro-gentrification. I love it. Alles klar. Wollt ich mit dir reden? Nö. Okay. Ähm. Hm. Wo komme ich denn da rauf? Bin ich... Hat's denn hier irgendwas? Kiste. Nice. Ähm. Sehen wir mal aus. Weil da komme ich nirgendwo sinnvoll hin. Komme ich mit dir hin? Hm. Power's light. Warum auch nicht? Okay. Ich brauche jemanden zu befragen. Hier hinten? Zumindest... Kann ich das Teil jetzt benutzen hier? Oder was ist das? Nö. Okay. Ja, dann gehen wir mal in die... Gassen. Oh. Du bist ja auch wieder da. Oh, don't mind us dead, Luglocks. We're just rifling around in your guts real quick. Hihi, ha ha ha. Okay. Ab nach oben hier. Hier ist... Kein Mensch. Wann ich mit dir reden? Moin. Hey, uh... Do you mind if we have a moment of your time? Oh. Äh... Sure. Äh... What's this about, can I ask? Äh... Würdest du eine Bestechung... Was ist das über die G3? Wir müssen Dr. Gibbons finden. Was hast du gestern Abend gemacht? Ich mach mal das. Yeah. Everyone knows about the G3. It's just... We shouldn't be talking about him in broad daylight like this. You know? Es ist Nacht. Shh. Hey, quiet. Don't say his name so loud. I can't help you. Ah, du kennst den. Mention my name. Michael Taint. Then he'll talk. But no cracks about my name. Äh... Würdest du eine Bestechung annehmen? Well, sure. Yeah, I don't really have any moral issue with accepting a bribe. Sounds like a win-win, actually. I get money, you get in. But come to think of it, the G3 will kill me. So, how about no? Okay, und wo finden wir den? Holy shit. Wow. We actually got something we can use. Okay. Woohoo. That was an A-Rank interrogation. Good for you. Let's head over to Blordo and mention... Michael Taint. Wer ist das? Ist er das? Ne. Ach, ne, er... Okay, alles klar. Moin. Hey, what's up, Blordo? You know anything about a... Where we could find a guy named Dr. Giblets? Whoa, whoa, whoa. Where did you that name? You can't just go ask him around town for a guy like that. Genau, der Sommergarten macht. Ähm... Michael Taint. Okay, jetzt ist es noch die Frage. Wie kann man da jetzt rein? Weil hier ist ja ein dezent Stau. Oh, das ist jetzt offen. Ja, okay. So, ab nach unten. Ob's jetzt leicht anders ausschaut? Kommt's ja glauben, dass ich dir sage, auf dich abzuhören, aber irgendwie scheinen mir doch so, um dich zu fragen. Ja, alles wie vorher. Okay, so we're looking for this new High-On-Life-Store? Oh, yeah, hey, hey, yeah. Hopefully the Slums are a little more chill now that we took out 9 Torg. Ähm, again, you don't want to talk to me about the broken leg guy. Nobody wants to talk to the broken leg guy. I get it. Pff. Alter, geh doch mal zum Ars. Will nicht nicht traurig werden. Okay, wir werden jetzt mal die Waffen wechseln. Äh, ich will mit dir mal ein bisschen arbeiten. Oh, nee, shit, was bist du? Okay, nice. Okay, das mit der, mit dem Angriff auf der rechten Mausasse, den hab ich ja nicht so ganz intus. Oh, Mann. Okay, hier ist ein paar, die haben gesagt. Ach, nee, jetzt kommt doch noch eine Evolve-Basis. Wow, wow, wow. Fuck, 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 fuck. Okay, dankeschön. Scheiße, was hat der da für eine Waffe? Okay, den müssen wir irgendwie einfrieren. Wo bist du? Oh, Mann. Komm her. Hopp. Mann. Einer war doch noch da. Komm, die Musik ist noch am Laufen. Wo ist der? Da. Komm her. Nice. Noch einer? Ach, Mann. Ich dachte, wir wären da Best Buddies. Was muss ich da verschont haben. Wo muss ich denn hin? Ach, da hinten hin. Na ja, muss ich mir sich jetzt irgendwie nicht beruhigen. Oh, da hinten irgendwo hin. Oh. Okay. Na, doch, wenn ich... Boxen sind nach wie vor im Arsch. Ach, da nach hinten geht's jetzt. Okay, alles klar. Ähm. Nice. Wie mach ich das jetzt hier am besten? Jetpack da so rüber, oder? Yes. Sehr gut. Ich schmecke, dass mir jetzt irgendwann ein neues Grund einrichten werde, um diesen verdammten Scheiß-Erschen die Hölle heiß machen werde. Wo war die Erde? Genau das mache ich. Okay. Hier ist jetzt wieder alles gut, oder was? Alter, ist das hier riesig. Sieht gar nicht mehr so schlecht aus hier. Äh. Verwandte, hätte ich nicht sagen sollen. Das erinnert dich so sehr an deine Heimat. Soll ich hier rüber gehen? Soll eigentlich da rüber gehen. Das heißt, wir gehen erstmal da rüber. Mal schauen, was wir hier so haben. Irgendwas versteckt ist? Nö. Ich glaube, das war jetzt total simbifrei, dass ich hierhergegangen bin. Na gut. Oh mein Gott. Bist du ein Mensch? We'll get you out of there. Keep your pants on. Tatsache? Oh. Gib mir das dann irgendwie Bohnen. Geh nicht den Menschen eins. Hm. So, Treibstoff bitte auffüllen. Ja. Hm. Wir schauen erstmal nach da hinten. Ja, nice. Lohnt sich natürlich, da umzusehen. Hm. Noch mehr hier? Hm. Sieht nicht so aus. Ach, kommen Menschen hier. Okay. Ja, dann gehen wir wieder. Komm ich da rein? Nee. Ich möchte mal hier rein. Hier vielleicht? Nö. Ah, okay. Scharfstützen entdeckt. Was zum... Okay, andere Waffe. Nein! Wo ist der nächste Scharfstütze? Ach, da hinten. Fuck, 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 fuck. So, du doch. Leute, gibts doch gleich auf. Hä, mehr Menschen. Oder? Ja. Be free, little humans. Be free! Ja. Oh, was zum... Ähm. Ähm. Wo sind wir hier? Ist doch nicht wirklich die Erde hier, oder? Ähm. Okay. Kann man denn da irgendwo hingehen? Okay, war mir nicht klar, dass wir da doch das Portal durch können, aber... sieht so aus, als geht's den ersten Mal gut. Let me get this straight. You like it here. Okay, wieder gleiche Stelle. Sehr gut. Oh, na, Kampf ist vorbei. Na, dann schauen wir, ob wir hier noch ein bisschen mehr finden. So in versteckten Ecken und Co. Menschen als Droh genutzen. Ähm. Oh, da. Da sind noch welche. Box. Ich nehme ich mit. Dankeschön. Okay. Noch mehr? Okay, ne. Gehen wir mal nach da oben. Da hinten? Ne. Darf ich richtig? Yeah. Ich glaube, mit. Oh, nice. Hat sich gelohnt. Ah, bei uns ist das Flasche von Fly... Okay. Okay, ich glaube, wir müssen da auf die andere Seite rüber. Oh, Moment mal. Da kommt jemand rein. Das macht man natürlich. Jetzt nur wegen dem hier rein. Lol. Okay, jetzt ist auch die Tür offen. Na gut. Hier noch ein paar Menschen. Hm, nö. Komm, waff, 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 waff. Komm jetzt. Ach, Mann. So, einmal aufladen. Was bist du? Okay. Ähm, war hier noch mehr? Ne. Keine Gegner? Das ist irgendwie zu gut, um wahr zu sein. Wie kommt ihr hier normalerweise hin? Warum müssen wir immer so einen Umweg gehen? Moin. Sie arbeiten Dinger. Hi on life. Das ist... Ihr glaubt, du wartest hier schon ein bisschen länger, oder? Dieser redet mich voll an den Apple Store. Okay. Ich hab grad irgendwie so voll die Apple Store Vibes hier. Was ist das? Und was ist das? Voll die Groupies hier. Was hyper. Well, well, well. I smell another mystery. I'm pseudo, by the way. You know me. Uh, yeah. We're still tracking down giblets. Yeah, you already know what I'm gonna say. Try interrogating all the employees here. Yeah, no shit. That's what the fuck we're gonna do. Äh, catch mal mit dir. Hello and welcome to high on life. How can high on life help you today? Ähm, hat dieser Laden jetzt was? Nee. Ist das illegal? Warum hast du einen Laden in den Slums? Ja, fragen wir mal das. We actually prefer not to call it the Slums. This is an exciting new up and coming part of town that we hope will attract a youthful new demographic ready to spend their hard-earned money on quality products. Speaking of which, can I interest you in a Hyper-Bong 6? Hyper-Bong 6? Great question. Thanks so much for your interest. We sell Hyper-Bongs and Hyper-Bong accessories. The latest model, the Hyper-Bong 6, is even capable of smoking humans. That's right. The hot new species you've been hearing about. High on life Hyper-Bongs are the only way to get that fixed. Alles klar, ist das illegal. Illegal? No, 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 not in any real sense. You must be reading some of our Detractors on the internet or watching too many Klug-Nugman-Speeches. Hyper-Bongs are totally humane and of no harm to anybody except the creatures you smoke in them. Ja, macht irgendwie Sinn. High on life employees are not authorized to admit that we have ties to the criminal organization known as the G3. But can I offer you membership in our High on Life Care-Program? Woo, these are some tough nuts to crack. Don't lose motivation, you're doing great. But you do get a D-Ranking, because that one sucked. Okay, dann katsch ich mal mit dir. Was ist eine Hyper-Bong? Oh, I'm so excited, you asked. A Hyper-Bong is a device used to absorb the life energy of another species in order to trigger a psychedelic effect in the end. alles klar, so funktioniert. Hat das halt irgendwelche Verbindungen zu G3? Hat das Talks im Bau des Ladens genehmigt? High on Life employees politely request that you don't alert the other customers to the fact that we are part owned by the Torg-Family. That worries the other customers and we don't want that. Alles klar, was was da über Dr. Geblitz? I can't recall whether or not I've heard that name before. But I'm actually much more interested in telling you all about the fabulous features that come packed in with the brand new Hyper-Bong 6. Okay, lassen wir das mal. Oh boy, they really want to make that commission, huh? Ja. Sorry, but I gotta give you another D-Rank. Ach man, warum kann ich da nicht... Oh, ich komm da nicht rauf. Also, die ziehen hier die Lebensenergie ab. Äh... Ah, mit dir kann ich auch nur quatschen. Er wird sein. Äh... Hast du eine Hyper-Bong benutzt? Oh nein, nein, nein. I'm straight edge. I don't even like thinking about drugs. This job was a... It was a bad idea for me, probably. Ja, natürlich. Weißt du, wie bei Dr. Geblitz ist? Hey, hey, it's my first day. Uh, can you do me a favor and not mention Dr. Geblitz around here? They told us not to talk about him. God, I'd really love to help you because you look very cool. But no, sorry. I-I-I have no clue. Uh-oh, no, it's okay, I guess. Uh, it's the big Hyper-Bong 6 midnight launch, and we literally just opened. So, uh, I've only been here for like half an hour. And honestly, okay, yeah, it kind of sucks. So far, because, like, I can already feel my soul leaving my body. Wow, nice kid, but not helpful at all. You get a big fat D-Ranking. Dude, D-Ranking. Äh, we're gonna be here. Holy shit, this is a madhouse. Oh, 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 sorry. Hi, thanks for shopping at Hi on Life. I'm the manager here. Are you fine and everything okay? Yeah. That's right, it's a big day. I didn't think there'd be this many people lining up to buy Hyper-Bongs. Probably a bad sign for our city. Oh, man, this again. Look, man, I just work here. I don't know anything about the store or who built it. I'm kind of a fuck up. I lied on my resume. I got this manager gig. I never even met Dr. Giblitz. I don't know what he looks like. I couldn't even point him out in a crowd. But, but you know about him. Yeah, yeah, sure I do. He owns this place. He never comes around, though. I don't really know where he is. What? I told you, I have no idea where he is. And you're being really aggressive. Leave me alone. I'm super fucking busy right now. And you're distracting the hell out of me. Okay, shit. Oh, was ist jetzt los? Looks like we've hit a dead end. So let's get the fuck out of here and just give up on being detectives. It's all done now. Was? Was ist denn mit dir? Kann ich wirklich mit kein Anna mehr reden? Mit dir hab ich ja schon. Okay, ich gehe wieder raus. Okay. Oh! Das ist ein Shopping Trip, einn't it? Es sure ist. Ich weiß, ich würde mich auf einen Tag gehen. Except, dieser Wannabe Bounty Hunter ist nicht so, dass es Shopping. Das ist richtig. Es ist so, dass das Bogen in der Beak ist, wo ich nicht belong. Es ist ein Schmerz, wenn etwas zu deinem Beak ist, wenn du das Drift hast. Mehr von diesem Schiff? Are you fucking kidding me? Mehr? Mehr? Of das? Warum ist alle auf der Case heute? Please, einfach auf! Du hast ein Mouth auf, kid. Es ist ein Schmerz, wenn etwas zu deinem Mouth ist, Pardon, mein Freund hier. Er hat nur eine gute Threat, but I assure you, he can back it up. That's right. A word to the wise. Stay out of this, got it? We've got this covered. Oh. Okay. Es geht jetzt wirklich alle... Was zum... Ist bei euch alles in Ordnung? Okay. Oh, was zum... Holy shit. Du nimmst es ziemlich gelassen. Okay. Ah, na, okay. Wann ich mit dir was quatschen? Was? Magnetstiefel. Viele Leute, dass die Magstiefel die Abkürzung für Magnetstiefel sei, weil sie Magnete an ihren Sohlen haben und man damit auf magnetischen Oberflächen laufen kann. Nun, diese Leute haben recht. Genau dafür steht es. Kein Kniff oder sonst was. Herzlichen Glückwunsch an die klugen Leute, die wussten, wofür die Abkürzung steht. Äh. Ah. Okay, schau. Ich weiß, das ist ein kleiner Fux, aber diese Boote werden sehr gut sein. Und sie sind der einzige Weg aus hier. Du weißt? Hey, 6 Mouth. Du machst gut use of diese Magboote. Warum kann ich ja nicht weiter hoch? Mann. Okay, war ja mega cool. Es ist zwar ein bisschen hirnfortz so rumzulaufen, aber okay. Nice. Ja, und so kann man dann die Levels dann öfter besuchen. Äh, was? Von wo? Ach, da. Voll nicht realisiert. Ähm. Einmal zu dir. Und dann am besten hier runter. Scheiß, Tonnen. Okay, ich will da oben irgendwie drauf. Und da unten hat sie auch noch eine Kiste. Hat sie zwei Kisten. Geht ja nochmal runter. Nice. Oh, hat sie da unten einen Geheimweg? Das hat sie irgendwie nicht so gebracht. Okay, Treibstoff bitte aufladen. Ne, jetzt sind wir genau da, wo wir vorher schon gewesen sind. Jetzt komme ich natürlich nicht so einfach wieder hier hoch, oder? Wo kann ich denn da sowieso hinkommen? Okay, wo muss ich hin? Okay, den ganzen Weg wieder zurück. Okay, liebe Leute, ich mache mir hier ganz kurz einen Cut und gehen wir zur gleichen Stelle zurück. Bis gleich. Okay, gleiche Stelle wie vorher. Wir gehen wieder rüber. So, wunderbar. Scharfschütze. Wann da hinten? Surveill this! Scheiß Drohne, komm her. Wo ist denn jetzt hin? Ähm, wie kommen wir da? So rüber oder so rüber? Nice. Okay, einmal kaputt machen. Was? Von wo? Von wo denn? Hä? Also, ich höre es, aber... Also, wo muss ich eigentlich hin? Irgendwo noch da unten. Okay, da oben ist einfach nichts sinnvolles. Okay, wir müssen wieder hier rüber. Keine Ahnung, wo der Typ ist, aber wir gehen jetzt erstmal wieder retour. Nee, fahren wir hier vor... Ach, da vorne? Was klackt? Also, die dringende Nachricht vom Komitee, wo der Klappmann... Ja, ja, ist klar. Äh, wohin? Ach, da vorne hin. Ja, ja. Das ist zu viel eine geile Waffe da hinten. Kann ich deine Waffe haben? Ah. Wow, der kann sich teleportieren. Wo bist du hin? Nein! Nice. Okay, der Typ könnte mich noch hart ablaufen. Ist das nicht tot? Hallo? Okay, ich glaube, er ist tot. Äh, wohin? Ach, da hinten hin. Weil, wir jetzt wohin gehen? Ach, da drüben. Aber da sind wir doch schon mal gewesen. Naja, Gott, was soll's. Okay, der will, dass ich da auf das Teil da raufgehe. die Schluckobergs, okay. Hä? Und jetzt da hinten hin? Ja, wenn's sein muss. Ich hab's Gefühl, wir drehen uns hier gerade ein bisschen. Hä? Ach so, kehren nach Hause zurück. Okay. Ich könnte auch mal die Achievements lesen, ne? Also, was ist das Achievements? Die Quest lesen, was ich machen muss. Dann wär's ein bisschen einfacher. Und wer seid ihr zwei? Ja. Magistrat Klug Nugman. Maybe you've heard of him. He's certainly heard of you. Ja, wir sind mit ihm befreundet. Was du nicht sagst, er hat uns geholfen. Here's the skinny slim, the Torg family, or what's left of it anyway. They got mixed up with a bad crowd. The G3 cartel. Or more specifically Dr. John Giblet's PhD. And Klug wants it squashed. Pronto. He says you're the right bounty hunter for the job. Says you're already helping him. Says the G3 is our common enemy. We've got a lead on Dr. Giblet's. He's been whooping all over, leaving behind a nice little walk trail for us. We're thinking you can follow those breadcrumbs all the way to the gingerbread house. That way Klug don't have to get his two little hands dirty. You dig? Ja, okay. Du wirst, dass wir ihn töten. Wir hatten bereits geplant, ihn zu töten. Ja. Okay, ansonsten. Hier sitzt er einfach im... Was hast du hier gemacht? You're gonna step through the portal door and go see Klug or what? Ja, kannst du bitte schauen, dass die Wohnung hier noch, wenn die Wohnung aussieht? Das wäre echt super. Okay. Liebe Leute, das war's erstmal für die Episode. Wir sehen uns zur nächsten. Mal schauen, wie's weitergeht. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.